Fette Säcke, guck mal was die machen. Seid ihr alle lost oder was? Die springen alle da rein, obwohl die Platte... Das geht doch nicht! Wie kann man denn so lost sein? Ich kann ja auch nichts machen, ne? Guck dich das an, die ganze Bande ist so bekloppt. Guck dich das an, Alter. Das kann so direkt klippen, den Scheiß. Echt, sowas Dummes hab ich mein Leben noch nicht gesehen. Ja, okay, da... Oh, ey, schubst mich! Ihr wollt mich komplett verarschen, ey. Das ist so behindert. So, jetzt. So, jetzt.